Hey zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine Stimme ist für heute nicht so fit, aber ich möchte euch trotzdem etwas präsentieren. Viele von euch haben es in der Vergangenheit schon angefragt und einige haben sicherlich schon gestern oder heute auf Facebook oder auf anex.tv.de gesehen. Er ist da, der offizielle Alexi-Baxi-Fanshop. Das bedeutet also, nach vielen, vielen Stunden Handarbeit ist er nun endlich online und ihr dürft eure eigenen Produkte mit Alexi-Baxi durchstöbern oder auch kaufen, wenn ihr möchtet. Wie das Ganze aussieht, möchte ich euch jetzt zeigen, denn ich will ja auch euch keinen blöden Ramsch andrehen, sondern auch was Vernünftiges für das Geld. Ganz klar. Deswegen habe ich auch schon ein Beispielprodukt an und zwar ist das hier so ein dünner Baumwoll-Sweater. Hier mal mit Kapuze, ziemlich coole Sache und das, was hier vorne drauf ist, auf meiner Brust, das ist das neue Markenzeichen, das Erkennungszeichen Alexi-Baxi. Das ist mein Kopf in Comic-Ausführungen nachempfunden. Und wenn ihr das also irgendwo seht, auf Taschen, T-Shirts oder sonst wo, dann wisst ihr, worum es geht. Um Alexi-Baxi und die Fans. Richtig was Cooles. Das heißt also, das ist kein billiger Aufdruck mit Bügeleisen-T-Shirtfolie rübergebügelt ein, sondern es ist schon was Feines. Fühlt sich auch so schön plüschig an. Also richtig was, was ordentliches mal. Ihr könnt euch das ja mal im Shop anschauen. Es gibt nicht nur das Produkt, sondern auch normale T-Shirts mit dem Logo in groß, in klein, in unterschiedlichen Farbausführungen. Es gibt das Logo auf Tassen, auf Taschen, auf Buttons. Es gibt aber auch T-Shirts mit Songzeilen oder mit Refrains von Songs. In dem Sinne von Liebe, wie du lügst und von Dynamit. Also so wie Dynamit. Gibt es natürlich alles für Männer, sowie auch für Frauen. Und jetzt gerade auch zu Weihnachten ein kleines Special. Das heißt, das Logo in Weihnachtsausführungen auf die T-Shirts vorbereitet. Könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze für euch aussieht. Und dann, wenn ihr möchtet, natürlich auch bestellen. Schaut mal rein. So, ich habe natürlich noch was für euch vorbereitet. Und zwar, solltet ihr jetzt nicht zum ersten Advent mit deren Händen wieder hier nach Hause gehen, möchte ich schon was sagen. Sondern die Buttons, die es im Shop auch zu kaufen gibt, die habe ich zum Beispiel hier. Fünf an der Zahl. Und wie ihr sehen könnt, das hier, ich halte es mal ins Licht, so. Das hier sind die offiziellen Buttons, die ihr euch dann irgendwo hinpacken könnt. Zum Beispiel auch T-Shirts, Pullover oder Rucksack, ja, beispielsweise. Beispielsweise, fünf Stück habe ich von diesen Dingern. Und dazu noch, jetzt pünktlich, ja, zur Weihnachtszeit, möchte man ja gerne shoppen. Ganz klar. Deswegen habe ich noch für euch eine Shopping-Tasche. Auf der einen Seite habt ihr das Logo, das ist eine Stofftasche, ja, so ein Büdel, wie man sagen würde. Auf der einen Seite habt ihr den Alexi-Wechsel-Kopf, das Logo. Und auf der anderen Seite der Tasche habt ihr die Textzeile Liebe, wie du lügst, ja. So, das heißt also, ein Backen von fünf jeweils und einmal die Shopping-Tasche. So, wie ihr das Ganze gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst dazu unter das Video in die Kommentare schreiben, ich möchte den Button gewinnen. Ich möchte den Button, weil, Punkt, Punkt, euer Text. Oder ich möchte die Tasche, weil, ja. Seid doch mal kreativ. Nächste Woche schauen wir mal, wer dann gewonnen hat zum zweiten Advent. Also, es gibt fünf Buttons, also fünf Leute von euch können einen Button bekommen und einer die Tasche. Das nochmal zusammengefasst. Und was ihr noch loswerden möchtet. Wenn ihr im Shop etwas bestellen möchtet, jetzt zur Weihnachtszeit vom 1. bis zum 14. Dezember, könnt ihr mit dem Gutscheincode Weihnachtsbaum Versandkosten sparen. Alle Infos zu diesem Video findet ihr nochmal unter dem Video oder direkt auf alex.tv.de. Schaut mal rein, schaut vorbei, schaut euch das Ganze an, seid fröhlich und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Also, einen schönen ersten Advent und wir sehen uns dann die Tage auf jeden Fall wieder. Ein Tipp, der Dezember wird sehr weihnachtlich. Auf jeden Fall. Bis dahin, also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.